Ja, zehn Jahre ist Fabian Kahl bei Bares, Bares für Rares, genau, oder Rares für Bares, Bares, ist egal, zehn Jahre ist er bei dieser Sendung, ich habe ihn auch schon gesehen, ich fand ihn eigentlich immer ganz witzig, so er redet da mit den Leuten, die ankommen, ihre Sachen bringen und sagt, was er dafür geben würde, beziehungsweise schätzt es erstmal ein und meistens ist er ja auch kulant, ne, oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? War jemand von euch mal bei Bares für Rares, würde ich gerne wissen, also ich würde da, weiß nicht, was ich da hinbringen würde, ein Bobbycar vielleicht oder so ein Stuhl oder ein Kinderspielzeug, irgendwas, nein, ich habe auch Gemälde hier, genau, ich habe Raritäten, eins steht da vorne, aber ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich, weiß nicht, mehr als 1000 Euro bringt sowas nicht, glaube ich, ne, aber immerhin. So, was ich sagen möchte ist eigentlich, er hat sich verlobt mit seiner Freundin Yvonne, ja, Yvonne ist immer so ein Name, wo ich schon dann als Mann denke, okay, Yvonne so oberflächlich ganz nett, ne, sie sieht auch wirklich ganz, ganz nett aus, ihr Lippenstift, den mag ich nicht. Und ich mag auch bei Fabian Kahl nicht seine Ohrringe, der hat ja so große, oder Ohrdinger drin, da, also ist ja so ein richtiges Loch, also das finde ich total unappetitlich, aber gut, das muss er wissen. Die beiden haben sich verlobt, ähm, wie gesagt, und, ähm, so Namen wie Yvonne, Nadine oder Michelle, so, die würde ich so immer abblitzen lassen, also, die hätten gar keine Chance mehr bei mir, weil ich habe alle Namen schon kennengelernt und irgendwie, weiß nicht, oder gibt es eine nette Yvonne da draußen, eine nette Nadine und eine nette Michelle, weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch nette von diesen Namen und es hat gar nichts mit dem Namen zu tun, darüber habe ich auch mal überlegt, ne, aber okay. Gut, äh, jedenfalls hat er sich mit ihr verlobt und, ja, hat den Ring gezeigt und der war, fand ich, nicht so Bares für Rares mäßig, der sah er aus wie aus einem Überraschungsei, aber auch das ist Geschmackssache, vielleicht ist er auch ganz wertvoll und hat 10.000 Flocken gekrosselt. Ja, trotzdem, Gratulation für Bares und Rares Fabian Kahl und seine Freundin.